Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Starkoch bestätigt Beziehung mit Demi Moore. Schon länger brodelt die Gerüchteküche um das Liebesleben von US-Star Demi Moore. Auf der Fashion Week in Paris wird sie zusammen mit dem 13 Jahre jüngeren Starkoch Daniel Hum gesehen. Jetzt packt der Gourmet in einem Interview im Schweizer Fernsehen aus. US-Schauspielerin Demi Moore und der Schweizer Starkoch Daniel Hum sind wirklich ein Paar. Der Spitzenkoch bestätigte entsprechende Gerüchte nun offiziell im Schweizer Fernsehen. Ja, das ist so, sagte er lachend in einem Interview mit dem SRF. Der Sender veröffentlichte zusätzlich noch vor der Ausstrahlung einen entsprechenden Ausschnitt bei Instagram. Auf die Frage des Interviewers, wie es für ihn sei, mit seinem Privatleben für Schlagzeilen zu sorgen, antwortete Hum, es gibt nur wenige Leute, die das verstehen und damit umgehen können. Und dadurch gibt es immer weniger Menschen, mit denen es wirklich funktionieren kann. Und im Moment funktioniert es. Daniel Hum machte sich bereits vor knapp 20 Jahren einen Namen in der US-amerikanischen Gastronomie-Szene. Seit vielen Jahren ist er Koch und Miteigentümer des Drei-Sterne-Restaurants Eleven Madison Park in New York City. Zuletzt war Hum mit Lorraine Powell Jobs, der Witwe von Steve Jobs, 1955 bis 2011, liiert. Aus einer früheren Beziehung hat der 46-jährige zwei Töchter im Alter von 10 und 12 Jahren. Durch Freunde kennengelernt Laut Us Weekly soll er die 13 Jahre ältere Dermi Moore durch gemeinsame Freunde kennengelernt haben. Es hätte sofort Klick gemacht bei den beiden, beschreibt ein Insider. Er ist sehr charmant, liebt die schönen Dinge des Lebens und ist äußerst kultiviert. Außerdem teilen sie den gleichen teuflischen Sinn für Humor und Abenteuerlust, verrät der Insider weiter. Erste Fotos der beiden waren bereits im März während der Fashion Week in Paris und nach einer Vernissage in New York aufgetaucht. Hey guys, this is Gansham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.